hallo und herzlich willkommen bei grid 2 mit dem teil um eine medikator guten tag guten abend war doch immer wenn dieses video ausgestrahlt wird auf ihren heimischen monitor starten die einstellung in der haus ändert einstellung stadt aufstellung nach vergebnis kollisionen vollständig rückblenden so starten bereit jetzt nehme ich meinen frisch laketen golf ja was nehme ich denn ach scheiße ich nehme den doji tun sie beide nichts in dem vor- und nachteile tun sie beide nichts vor- und nachteile auch so stimmt schon fahrende kilometer 127 so aber über 171 km kam ich noch nicht ja gar nicht uuuh wie fetzig sieht in der golf aus uuuhh boah die anzuche oh der ist da dann am schlendern schon ja wird doch schon wieder fleißig überholt wenn ich schon auch schwer jetzt also das höchste stufe ja ich sehe schon der klick doch ganz schön am pop hat ich bin zerstört warte kopf gott ja du hängst am ogoi ja der doji ist alle freundschaftsanfrage warte 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 nach warte warte ich habe ar komplette eine Einladung mit rausgeschickt Eckmacht dich alle hier doch nicht Seid aber guck, dass du dein Internet-Sound ausmach, äh, dein Mikrofon-Dings nicht, dass es hier Rückkopplung gibt, von unserer Seite aus irgendwie Eckmacht nicht ausgemacht und du hörst, der scheinbar trotzdem nicht Ich hab's ja deaktiviert Ich komm ja grad mal ja nicht zurecht hier Irgendwie vibriert die Ka auch schon wieder so komisch Haben wir schon wieder ein neues Spiel für Community-Play Ja Wir gucken da durch bei Nacht, sie haben kein Gericht Oh oh, jetzt hört sich die Kamera aber wirklich sehr seltsam an Ja Alter Also eine Einladung ging raus durch, ne Alter Alter, wenn man nicht als Liebhaber so einen Wagen sieht, ne Heidewitzgeil Ah Wie geil Boah Hm, da ist nicht mehr viel dran Hm, da ist nicht mehr viel dran Kommt da hinten was Beim Zugucken ist das so komisch, ob man das so irgendwie so eine hallende Stimme, äh, Sound Ich glaub der Doos kam mittendrin reinjoinen, glaub ich Das weiß ich nicht Weil ne Einladung ins Spiel konnte ich schicken Ja Wird dann wahrscheinlich nachher in der Lobby sitzen oder was Keine Ahnung Ja Denk ich auch Denk ich auch, ja Boah, Alter, wie das doch geht Die Spreche finde ich extrem schwer Aber zum Glück nur im Ladebildschirm Ja Ja Jetzt kannst du mir wieder auf und davon fahren Ja, der hat einen guten Anzug gehabt gerade Ja, hab ich gemerkt Nicht auch nur mal eine Tonnen Lackierung jetzt Logischerweise Alter, du Pustier, hau ab Ja, der Golf ist aber unter Knaller auf der Strecke Ja, keine Chance Was? Nein, abgekürzt Ich auch Ja, aber hat aber mir nicht gezählt, weil ich so heftig gebremst hatte, dann zählt der das halt nicht als abkürzend Achso Als Tipp mal nebenbei Also wenn du schon rausfliegst und sofort auf Bremse, damit der, ne Mhm Aber wenn du mit Vollgas durchbrett hast, ist ja klar, ist ja offensichtliches, äh, abkürzende Hm Das ist meine Favoritenstrecke, die finde ich so geil Merke ich schon Ich fand die mit dem Wald vollen bei Nacht am coolsten, muss ich gerne sagen, bis jetzt Im Wald? Ja Ach, wo ich sagte, mit Hupke wirft Genau, genau Ja Okay, dann mach, guck ich gleich mal auf die Bühne auf hinten direkt Haben wir dann Doys noch dabei, das nächste Opfer, der mal wegcrashen können Ich werde mich liebevoll um, um ihn kümmern Alles klar, Doys Also er sitzt schon bereits in der Lobby und warte, ich hoffe du hast auch Zeit, Doys Aber wie brechen das Rennen ab? Woll abbrechen? Ja, weiß nicht, mir ist ja wurscht Jo Oh, Doys hat noch zwei, drei Minuten Ja, kann ja eh den Stream mitgucken, denke ich mal Ich finde Stufe 2 Autos sind, sind nicht zu schnell und nicht zu langsam Aber die drei Grad, die waren schon echt Hardcore eben Hm Also ich meine jetzt, äh Ja die vier hier mit dem, mit dem Civic, das war schon geil Das war die drei Das war die vier Vier ist ja Mercedes Ach ja Genau Drei ist Das ist noch akzeptabel, aber das mit dem Mercedes Ja das war schon, das war schon, das war schon ein bisschen aarsträumende Ding Das war mir zu schwammig Zumindest auf der Strecke Da muss man erstmal ein bisschen reinfinden Naja Aber finde ich gut, dass es, dass man langsam, wenn man abkürzt, weil es wäre ja wirklich unfair Wenn man die Strecken wirklich richtig echt fahren will, meine ich jetzt Ja Ja quasi wie bei der Formel 1 oder die TM, wenn er absichtlich abkürzt, kriegt er Zeitstreifen Ja Mitweilen müsste man ja fast schon über der Strecke habe ich es raus, wie man, wie weit man wirklich abkürzen kann Hm Na ich nicht Das wird schon noch kommen Ja Schon möglich Du darfst halt nicht, wenn du über das Rote fährst, nicht in das Innere kommen, was blau weht dann Ja Also das Weiße, so wie ich jetzt zum Beispiel Wurde aber mir nicht gezählt Wie gesagt, Vollbremsen dann einfach kurz Und dann zählt er das nicht mehr Davor hast du denn die Gegner jetzt gestellt eigentlich Das höchste Echt Dafür schlage ich mich ja ganz gut hier hinten mit Nummer 2 Und dann ist es anscheinend ausgewogen, weil es als letztes kommt wohl dann das Maximum erst Ja, aber ausgewogen klingt ja dann Ja eben Achso, ja, kann schon Ja, obwohl schwer ist ja Ja Weil auf ausgewogen fand ich die schwerer als jetzt So, jetzt kleben sie mir nicht am Arsch, wie fand ich mir ausgewogen Jetzt können sie dir auch nicht am Arsch kleben, weil sie mir am Arsch kleben Jetzt Ja, aber du weißt, wie ich da meine Auf mich zu rammeln hier, du Arsch Ja Ich hab die irgendwie, als sie ausgewogen waren, kam mir die mir schwerer vor, also Hm Können wir dran dann noch mehr Wiss ich nicht Ich mach gleich einfach wieder auf ausgewogen, weil es muss ja mehr sein als leicht ausgewogen Ist ja klar Boah, wat für Crash, Alter Die Eramik von der Straße, du Arsch Oder auch nicht Das ist natürlich ein cooles Spiel für Deuce, weiße Gipsabend, der braucht nur ein Klinken, dann kann er so ein bisschen zocken Ist doch so Auch doch ein Spiel sind ja am coolsten Oder halt nur mit Falltasten Weil hier gibt's ja kein Lied drüben Aber genau schreibt er grad Ein Klinken und Gutes Jetzt hab ich offensichtlich Zugriss abgekürzt Den Fehler gestehe ich Boah Boah Er hat er kämpften dritten Platz sagst du? Ja, aber Ne Also Meine Strecke ist es jetzt nicht Aber Muss ja für jeden was geben Aber Ähm Ne Nicht deine Hassstrecke Noch nicht Nö Na Eine Strecke habe ich noch nicht Ich glaub sowas gibt's auch hier ja nicht Gibt's ne Hassstrecke? Hm Aber vorhin hier, der Ding ist Regen auch cool, war der Radbol-Regen Ja Falls du das ist, was ich jetzt denke, ja Ja, wo du mit dem Civic gefahren bist Ja, dann ja Teil genommene Online-Rennen 19 So viele schon Kannst du mal sehen Ja, ich werde das Rennen jetzt gleich abbrechen damit ich einen Deutsch-Dreck zocken können damit ich eine halbe Stunde warten muss Aber das ist glaub ich hier kein Rumkurs, da werde ich eh nicht lange überleben Babbidi-Babbidi-Bubdi-Bubb Noch ist Rumkurs Boah Da hast du so gedacht, da haben wir Hehehe Da kommt meine Armee erstmal, mach dich plat, ey Ja Uh Die Strecke für die zum Beispiel auch ganz geil mit dem Tunnel und so Ja So n bisschen Nitro wäre auch nicht schlecht hier Wischh Aber nur so geregelt halt, nur einmal in dem ganzen Rennen Nitro, also pro Strecke Oder halt so fladetechnisch Oh, du hast nur ne Flasche mit gegrenzt, begrenzter Literzeil drin und fertig Dir hab ich sie eben, du Arsch. Alter, auf der Strecke kriegst du sehr schnell Tunnelblicke. Na, ich bin da für zu langsam. Meine Karre ist ja auch schon wieder halb Schrott, wie ich denn so höre. Und den nächsten, die drehen. So eine Strecke, die mag ich sehr gerne. Ach der Deuce ist ja hier schon mit bei. Echt? Ja, der fährt vor mir. Erstmal rammt. Au, oder auch nicht. Ich bin voll neben ihm eingeschlagen. Bin ich eben hineingeschlagen, wie eine Bombe. Tatsächlich, da ist Deuce. Auf dem elften Platz oder so. Ne, auf dem elften Beleg. Deuce wurde disqualifiziert. Der einarmige Deuce. Achso, ich könnte dir ja zuschauen. Mein Kofferraum, ey, geil. Ich seh grad. Alter, der klingt ein guter Marsch da. Ich komme mit dem Spiel echt gut zurecht. Oh, ist doch gut. Nur der Kofferraum ist mir grad ein bisschen im Bild, ey. Nein, nicht v... Alter, du Wichser. Amerikaner, Wichser. Ich räucher dich aus, ey. Nein, der Quart 2. Wollte mich verarschen. Finde cute, finde cute. Fuck, ey. Ahmet. Was ist das für eine Herkunft da, die Flagge? Weiß ich jetzt grad gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Aber von den Namen her irgendwas Arabare-Shit. Was ist denn da los? Müssen wir jetzt hier warten, oder was? Wer fährt denn noch? Kühne Ahnung. Kühne. Oh, Notpunkte durchs Oh. Oh. Oh, wie schadenfrohes Arschloch, ey. Ach, ey. Wicky, 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 wicky. Kann ich das nicht beschleunigen hier? Escape. Ah, nee. Komm, gib mir Level 2 jetzt. Ich hab's gerade gesehen, ja. Level Up. Sehr schön. Einstellungen ändern, ähm, streckenauswahl, so. Ähm, Kalifornien war das glaube ich nicht, oder? Genau. Können auch nicht schlimm. Motorsportstrecke. Brands Hatch, Indie-Strecke. Algarve, Motorsportstrecke, Paris. Wicky, 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 wicky. Boah, das sieht ja mal krass in dem Spiel. Wicky, 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 wicky. Kurt, Kurt, Kurt Asur, genau, das war das bestimmt. Genau, da sind die Bäume im Hintergrund. Zehn Kilometer Strecke. Ähm. Ihr seid bereit? Nehme ich mal an? Ja. Ja, äh, ich mach' ich ausgeglichen. Wir haben aber alle, äh, Mistgelaber. Die schreiben alle was von ausgewogen, da steht ausgeglichen. Naja, ist doch gleich, ja. Ja. Wir haben ausgewogen, klingt mehr dichtere Autofahrer, ausgewogen klingt mehr, ne, nicht-dichtere Fahrer. Hm. Du ist es nicht bereit gewesen? Du bist zwar nicht bereit. Du stand zumindest nicht da, aber die Zeit lief gegen ihn. Doch, ist er aber da. Laut, äh, Fahrzeug. Jaja, da ist er. Oh, jetzt will ich, jetzt will ich, jetzt will ich das mal wissen, ne. Ja, er ist auch im Strip raus. Ähm, er ist auch nicht mehr im Spiel bei uns. Ja, dann war's das wohl. Mach's gut, Deuce. Deuce, ne, Ruhe und Frieden. Oh, 200, diesmal 275 kmh, höchste Geschwindigkeit. Ja, da ist Deuce wieder, ich schlag den mal zum Spiel ein. So. Ich hab ihn einfach wieder hinzugefügt, dann ist er nächste Runde wieder dabei. Oh, shit. Hä, hä, hä. Da sind wir schön... Boah, was ist denn... Das! Der Teig zum Glück sieht es relativ sofort erkannt, was das ist. Ja, ich hatte nur einen Tunblick auf, äh, auf dich gerade. Ja, das kenn ich. Oh, Kopfsteinpflaster. Boah, interessant. Ja. Ist aber auch geil mit dem Sound-Effekt gerade. Ja. Alter, die Strecke fetzt aber auch mal richtig hier. Ja. Krasse Geschichte, ey. Ja. Und schnell. Ja. Beste Konzentration, läuft die Aufnahme oder läuft die Aufnahme nicht? Ja, die Aufnahme läuft, ne? Seit wann denn, ey? Äh, ist nicht voll. Als du gesagt hast, herzlich willkommen und so. Ach du Scheiße, sind wir in der Monsterfolge? Ja, 24 Minuten bis jetzt. Alter, wie lang die Runde war, ich seh. Ja. Aber es stimmt schon, der Golf ist ziemlich okay gegen den anderen. Könnte man schon so durchgehen lassen. Naja, es ist halt ne Allrad. Es ist schon Vorteile, natürlich. Das steht natürlich außer Frage. Ja. Allrad ist immer besser. Eigentlich. Zumindest bei den Straßenrennen, würde ich sagen, jetzt hier. Aber am Glück ist es da dort, glaube ich, besser. Weil da würde ich, glaube ich, mit dem sogar noch besser klarkommen, mit dem Golf. Das weiß ich nicht. Wow. Guten Morgen, Optikel. Hallöchen. Wieso guten Morgen? Oh, Sonne. Ja, nicht so weit. Ja, nicht so weit. Ja, nicht so weit. Alter, die Strecke finde ich aber immer Porno hier. Ja, die ist ziemlich geil. Kurbenreich, schnelle Strecken dazwischen, Abschnitte. Und geilsten finde ich, was ich finde, mit dem Kopfstandpflaster hier. Ja. Fuck, aber die Gegner sind zu weich eingestellt. Musst sie wieder auf schwer stellen gleich. Ja, aber wieso? So ist es doch wenigstens denn, Rennen zwischen uns? So muss ich nicht immer mit denen eigentlich darum erinnern. Obwohl, die sind... Oh. Die sind trotzdem ziemlich hier in der Hintermier. Ja, das stimmt, Chrissy. Das geht sehr viel, macht die Bock. Ne? Ähm, ja. Alles bestens. Wo ist Dois? Dois, 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 Dois. Das ist gar nicht mehr. Alle Freunde. Die Chrissy ist weg. Was? Was ist hier denn? doch ist gar nicht mehr online wahrscheinlich Internetprobleme schon möglich ach du scheiße jetzt kommt ja deine Strecke also äh am Stream sind wir seit 13 Uhr circa ja kommt hin Chrissy guckst du mit der App auf dem Tablet, Handy oder auf dem PC und wir haben wieder die 100 Gigaweltmarke geklappt NEIN ich wollte gerade den Daniel Krischner fragen ihn nach Sonnenscheine ok ok kümmern dass mein Wagen jetzt schon nach rechts zieht ok finde ich gut hehehe flitsche ich krieg die schon noch 3 2 auf der Strecke ne ich kann hier aber nicht mehr einrollen da ist unrealistisch jetzt schon überholt hier so im Stand hier schon hier weißt du so ne Scheiß Fickigen Bands ey verpiss dich wieso macht der Golf bei 270 Schluss? naja ja dann ab ins Bett ja dann ab ins Bett optikönen wenn du müde bist ja 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 und mit dem Golf kannst du so Premium driften ne ja 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 gerade fahr ich wie der letzte henker weil ich den damit crashen wollte hätte ich es nicht getan wäre ich jetzt besser dabei mein auto sieht mir aus wie eine gewürzgurke ohne gurkenpower eine saure gurke was hat ich werde im kräschen hier zack ich lasse mich disqualifizieren weil ich muss mich dringend kaffee wegbringen und ihr könnt ihn da ja trotzdem noch nicht der optik und den deutschmann trotzdem noch mal von spielanlagen die sagen die gleichen herzlichen glückwunsch pech für euch dass ihr mir zuhören müsst und 270 feierabend macht das schluss verstehe ich nicht aber was soll es wenn die seien golfe schneller finde ich jetzt nicht in ordnung durch ist der lobby bei getreten hey what the fuck jonge jonge das geht schon gut ab hier was war nicht absichtlich was war nicht absichtlich was noch eine runde was zu hier wo hier 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 wo hier hier wo hier hier Untertitelung des ZDF, 2020 Alter Schwede, war ja diesmal ja nicht so schlecht. Hey Benni, feise, schüttel nicht. Das war scheiße. Das war scheiße. Ach, Benni war das, den ich da überrundet hatte. Benni! Hallo Benni, Junge, da guckt er da am Standjass über die Strecke. Mach hinne, Benni! Alter, wie lange brauchst du zum Seechen? Geht doch ja nicht. Alter, was treibt denn der da so lange? Du sollst nur Sechen und nicht noch Masturbieren. Sack. Ja, bin ich noch wieder schnell in Ruchnian und da musste ich noch telefonieren. Ja, ja. Hey, wake up! Hey, wake up! Hey, wake up! War das schon der dritte Renn? Nee, ne? Oh, geht direkt los. Ja. Oh, kam ich ja rechtzeitig. Oh, und Deuss ist Platz 3, ey. Ist schon mit bei, ey. Oh, das hat sie hier rein. Hey, Grunau war gerade in Thäls, hab ich gesehen. Ja. Hat mich auch zweimal angestupst. Oh, scheiße. Was mach ich denn da? Oh, hab ich erstmal hier, hast ne Karambulage, wo ich die Gegner von der Eis da reinge? Haha. Wies du die Strecke, ne? Biss ich noch nicht. Ist aber die Strecke, die du meintest, ne? Ich wies' das noch nicht. Doch, noch nicht. Ja, sieht so aus. Bam, jetzt aber den Deuss erstmal geben, ne? Haha. Machst du dich schon wieder beliebt, Benny? Ja, ja. Jaja. Oh, fast noch Bekanntschaft mit der Tunnelmauer gemacht. Ist natürlich auch YouTuber-freundlich, hier gibt's keine Musik im Spiel. Ja. Ja. Boah, Alter, da ist wie Dreckzack, ey. Alter, ey. Kaputt, ey. Alter, ey, aber gerade schweinert. Was, etwas lange, Benni, höh, Optik, höh, ganze Sätze biedig. Was, etwas lange, bis dahin. Diese Stimme. Ja, wenn man das nicht nur als Mod machen kann, Chrissy. Da hängt mir jetzt tatsächlich gleich inne am Höschen und das ist nicht der Deutz. Jetzt ist hier oben link, dass der Zweite ist. Ja, das ist. Deshalb sage ich es ja. Es ist nicht der Deutz. Achso, okay, Chrissy. Da ist Optiker schon wieder weg. Bye-bye. Kommt und geht ohne Tüten zu sagen. Ach, Deutz hat auch den Dodge genommen. Okay. 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 Kannst du den Deutz hören? Nö. Ich kann nur ab und zu mal so ein Knacken. Sprich die ganze Zeit. Hörst du ihn? Kannst du mich hören? Jetzt hör ich, was? Ich hab, ich hab hier gemütet. Ich hab'n. Ich hör'n. Hallo, hallo. Sehr sexy, sehr sexy, erotische Stimme. Danke. Also Benni, ich soll dir sagen, es tut ihm leid. Ja, wenn er möchte, kann er auch ins TS kommen, wenn er will. Ja, wenn er möchte, kann er auch ins TS kommen, wenn er will. Ja, aber das hat er, glaube ich, gerade selber gehört dann gleich, demnächst. Stimmt, demnächst. Weil, ich hab' ja gemütet alles. Achso. Also, ich hab' Invoice ausgemacht, komplett generell, auch Mikrofon. Ja, aber im Stream hört er dich doch gleich, das meint ich. Er ist ja nicht im Stream. Ist er nicht? Ist er ja nicht. Achso, dann zieht er mich raus. Ah, okay, okay. Das ist jetzt dann natürlich blöd, dann müsstest du ihm mal irgendwie die Daten schicken. Ja, mach' ich eben. Macht er gerade, er schickt dir mal die TS-Daten. Ja. 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 Und natürlich doppelt das Geil, gleich im Test und im Spiel. Ihr könnt jetzt noch die Einstellung ändern, dann kann ich euch neu entladen. Guck mal, ich werde jetzt nicht wieder aus dem Spiel. Daniel. Was für Einstellungen ändern? Ja, dann zuerst ihn ja gleich ingame. Und noch, äh, ich will die Einstellung jetzt ändern. So. Jetzt ist alles aus. Sprache niemand. Tut mir leid, da ist, ich höre dich nicht mehr. Ich bin nicht verlassen. Nö. Kannst du euch machen eigentlich. Natürlich, auf der linken Seite, Sprache, bla bla bla. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Guy Fakes Goonie lese, lese ich mal Kornflex und statt Guy Fakes. Das heißt Guy Fakes. Da steht aber Guy Fakes. Und nicht Fakes. Guy Fakes. F-A-K-E-S. F-A-K-E-S. Oder soll ich noch mal? Wart mal, ich war noch Doys. Ja, komm, dann hier so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Denn mit dem Doys im Live-Video und so. Dankeschön. Ja. Im Live-Video. Dankeschön für's Erkokel und so. Ja, ja, vielen Dank, vielen Dank. Bis zum nächsten Fail. Genau, Marines.